So, hallo Leute, heute ziehe ich den Gewinner des, oder der Skins, so, der läuft vielleicht, hier in die Tasse, und, dann machen wir mal, so, dann mische ich ein bisschen, so, wer wird jetzt heute das Skins-Seminar, so, wen sehe ich, hm, nehme ich mal den hier, mal sehen, ich krieg das nicht auf, so, ach, ich krieg's auf, so, wen, wen hab ich denn, Hendrik, Hendrik hab ich, Hendrik, du bist der Gewinner, Glückwunsch, und für diejenigen, die im, nächstes Mal mitmachen, es geht schon bald sehr weit los, natürlich zwei, und zwar was anderes, da können natürlich dann alle mitmachen,